Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp. Viele kennen ja das Radial Groove Milling aus dem Hole-Making und ich möchte noch eine Besonderheit dieses Moduls aufzeigen, was die Radioskorrektur angeht. Also ich habe hier folgende Geometrie, ich habe hier eine Bohrung, die ist 50 mm im Durchmesser, hier in der Bohrung ist hier unten ein radialer Einstich drin mit 65 mm Durchmesser. Dazu habe ich hier mal eine Bohrung erzeugt mit einem Durchmesser 49,5 und habe das mit 50 aufgebohrt. Jetzt möchte ich diesen radialen Einstich fräsen und habe hier das soweit schon vorgewählt. Ich habe also hier meinen Geometriebereich, der sieht so aus, und ich möchte diesen gerne Mitte, Boden bis Decke fahren mit einer Schneidlänge von 75 %. Ich könnte jetzt hier noch eine radiale Zustellung einstellen, das will ich in diesem Fall jetzt mal nicht tun. Ich lasse es erzeugen und wir bekommen hier folgende Bearbeitung heraus. Ich stelle das Darstellungsformat mal in ein statisches Drahtmodell und drehe mit F8 mal das Teil in die richtige Richtung, hier ist eine verkehrte Rechnung, als ich möchte, diese Seite sehen. So, dementsprechend sehen wir das Werkzeug. Ich lasse es einfach hier mal kurz schrittweise durchfahren. Das heißt, wir fahren hier einmal relativ mittig durch, stellen dann einmal zu zum Boden, stellen dann einmal zu in die Höhe und stellen noch einmal zu zur Decke. So, jetzt möchte ich die ganze Geschichte auch noch mit Radproduktur fahren. Dazu schauen wir uns erstmal eben das Werkzeug an. Das Werkzeug sieht ja so aus. Ich gehe mal in die Werkzeugansicht und zeige das Werkzeug hier an. Das Werkzeug hat hier jetzt mehrere Kontrollpunkte mitbekommen. Wir haben hier ein Sys Centerline Bottom, ein Sys Centerline Top, dann haben wir ein Sys Outdiameter Bottom und ein Sys Outdiameter Top. So, diese sind jetzt unsere Korrekturpunkte, mit denen wir unsere Radiuskorrektur fahren wollen. Wir können also jetzt hier zwei Punkte angeben, einmal den unteren Schneidepunkt, einmal den oberen Schneidepunkt. Das können wir hier sehen, in dem Reiter Weitere, hier bei Kontrollpunkt, wenn ich hier in Kontrollpunkte reingehe, sind hier diese automatischen Korrekturpunkte entsprechend angegeben. An dem richtigen Durchmesser, also hier Outdiameter mit der Bottom, also unten, wäre hier zum Beispiel mal mein Punkt 1 und der Top wäre hier mein Punkt 2. Ich sage, gehe mit OK wieder raus. Gehe hier mit OK raus. Gehe jetzt hier in mein Radial Groove Milling wieder rein und kann jetzt hier bei Werkzeugeinstellungen und Kompensation kann ich jetzt hier meine Werkzeugkompensation einschalten. Ich sage hier mal endgültiger Weg und sage Kontaktverfolgungsdaten ausgeben. So, jetzt könnte ich meinen einzelnen Punkt hier wählen. Ich könnte jetzt den OD Top oder dem OD Bottom wählen und sagen, ich möchte die Korrektur entweder nach dem unteren vermessenen Punkt oder nach dem oberen vermessenen Punkt ausgerichtet haben. Ich kann dem System aber jetzt auch sagen, es soll generell nach den OD Punkten gehen, aber automatisch den Punkt wählen in die Richtung das System fährt. Ich stelle das mal ein, lasse mal erzeugen und jetzt sieht das nämlich so aus. Das heißt, ich gehe jetzt einmal mit dem Wertzeug hier rein. Ich habe jetzt den mittleren Punkt. Dieser mittlere Punkt wird mit dem unteren, also mit dem Bottom Punkt gefahren. Fährt hier einmal drum rum, stellt dann nach unten zu, fährt immer noch mit dem Bottom Punkt. Und jetzt, wo die nächste Spahn kommt, er nach oben zustellt, schaltet er automatisch um auf den Top Punkt. Und bei der nächsten Zustellung nach oben wird auch wieder der Top Punkt angewählt. Daher kann ich jetzt meine Breite dieses Einstichs mit zwei verschiedenen Korrekturpunkten auf das richtige Passmaß bringen. Wichtig bei der Geschichte ist natürlich jetzt nur, dass Ihr Postprozessor natürlich diese Art der Kontrollpunktauswahl dementsprechend unterstützt. Dazu können Sie uns gerne dann ansprechen. Wir würden dann den Postprozessor dahingehend überprüfen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem kleinen Quick-Tipp wieder ein Stückchen weiterhelfen. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren, uns einen Daumen rauf geben und eventuell den Newsletter abonnieren und beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, Ihr Jens Hegner Bis zum nächsten Mal, Ihr Jens Hegner